Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Ein Video komplett außer der Reihe, weil es auch ein außergewöhnlicher Anlass ist. Gestern auf den Tag genau ist mein Kanal Watchmaxe vier Jahre alt geworden und ich klebe knapp unter den 4000 Abonnenten. Das ist für mich ein Grund, sehr stolz zu sein und das auch ein kleines bisschen zu feiern. Da ist es ein unglaublich glücklicher Zufall, dass just in diesem Zeitraum ich in der Lage bin, ein Projekt anzukündigen, eine Uhr anzukündigen, die nicht mal ich angestoben habe, sondern ein Zuschauer von mir, Thomas an der Stelle, herzliches Dankeschön, echt super. Und Cornelius, auch an dich ein riesen fettes Dankeschön, dass ihr das möglich gemacht habt. Um was geht es genau? Es geht darum, dass ein Zuschauer von mir mit Cornelius Huber von Zirkula auf einer Messe einmal lose gesprochen hat. Es wäre doch eine ziemlich geile Idee, eine Uhr im Zirkula-Portfolio zu haben, die in Zusammenarbeit mit dem Uhrenkanal Watchmaxe entstanden ist. Cornelius war für die Idee offen. Die Uhr wird kommen. Sie wird kommen in der zweiten Juni-Hälfte voraussichtlich. Sie ist jetzt noch nicht bestellbar. Ich werde ein separates Video darüber machen, wie die Uhr bestellt werden kann, denn da gibt es einen bestimmten Prozess und bestimmte Rahmenbedingungen, die etwas enger gestaltet sind als normalerweise. Das erklärt sich aber aus dem Gesamtpaket, was, glaube ich, wahnsinnig interessant ist. Um was geht es genau? Es geht um die ProTrail von Zirkula. Die Uhr wird im Wesentlichen so bleiben, wie sie ist, mit ein paar wenigen, hoffentlich nicht störenden und einigen, hoffentlich hochattraktiven Änderungen. Auf dem Ziffernblatt wird nicht ProTrail Anti-Magnetic stehen, sondern an der Stelle wird klein, in blau, mein Watchmax-Logo sichtbar sein. Dann gibt es ein weiteres Upgrade, was ich in Zusammenarbeit mit Cornelius besprochen habe und Cornelius hat das Ganze ermöglicht. Hintergrund war, dass Cornelius mir angeboten hat, meine Uhr, diese auf wirklich sehr enge 13 Stück limitierten Sondereditionen zu einem unglaublich tollen Vorteilspreis beziehen zu können. Ich habe darauf verzichtet und habe gesagt, wenn ich den kompletten normalen Preis zahle, wäre es dann möglich, das Paket aufzuwerten. Und Cornelius hat gesagt, das wäre möglich. Es muss aber klar sein, dass dieser Preis für das aufgewertete Paket kein Standardpreis ist, den ich regulär machen kann. Und das mache ich hier an dieser Stelle damit deutlich. Und das bitte ich jeden von euch im Hinterkopf zu haben, der sich für die Uhr interessiert. Das ist ein Sonderprojekt und kein Standardpaket, was Zircula so in der Zukunft regulär anbieten kann und wird. Die Uhr kostet, also diese Sonderedition, die Zircula in Zusammenarbeit mit mir als Paket aufgelegt hat, die Uhr wird kosten, den ganz normalen Standardregulären Preis, der ProTrail von 899 Euro. Allerdings wird nicht das Werk in der Stufe Elaboré verbaut sein, sondern in der Stufe Top und das Ganze ohne Mehrpreis. Das ermöglicht dadurch, dass ich auf meinen Sonderpreis verzichtet habe und für meine Uhr auch die 899 Euro regulären Listenpreis zahle. Und dann gibt es noch ein weiteres Goodie und das hat der Cornelius von Zircula beigesteuert. Mit dieser Sonderedition wird Zircula ein neues Band einführen und dieses Band wird es mit meiner Uhr zum Standardpreis von 899 Euro geben. Das Band wird es später auch im Shop von Zircula geben, allerdings da es sich hier um ein sehr aufwendiges und sehr hochwertiges Band handelt, wird es später im Shop von Zircula 20 Euro teurer sein als die normalen Bänder. Das heißt, mit dieser Sonderedition bekommt ihr die Uhr mit meinem Logo, das stört euch hoffentlich nicht allzu sehr, mit einem Top-Werk, also die Ausbaustufe Top und einem hochwertigeren Band, was später bei Zircula 20 Euro Aufpreis kosten würde, zum regulären Preis von 899 Euro. Der Lieferzeitpunkt wird voraussichtlich in der zweiten Juno-Hälfte sein. Um diesen Dreh rum werde ich dann eine Uhr auch live zeigen, wie sie aussieht, wie das Band aussieht und den genauen Bestellprozess beschreiben. Denn, wie gesagt, die Uhr ist auf 13 Stück limitiert und wird mit einem bestimmten Prozess zu bestellen sein. Ihr braucht jetzt weder bei mir noch bei Cornelius anzufragen. Es gibt in dem Sinne keine Reservierungen, es gibt auch keine Vorbestellung. Da müsst ihr, wenn es soweit ist, einfach schnell sein und deshalb, falls noch nicht gestehen, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr unmittelbar informiert. Wenn dann das offizielle Bestellvideo mit den ganzen Verfahren und Prozedere kommt. Ich freue mich total darüber. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Das Paket ist in meinen Augen richtig, richtig klasse. In diesem Sinne, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren, freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.